Ja, ich habe eine wichtige Warnung vor dem ersten Reiko-Login, wenn du dort Partner bist. Es ist dazu, in den letzten Tagen haben einige Partner von Reiko Umsätze verloren, Sichtbarkeit verloren. Und hier gibt es vor allem zwei Gründe, auf die möchte ich kurz eingehen und ich möchte dir vor allem Lösungen bieten, also konkrete Sachen. Zuerst einmal haben wir das sogenannte Wortmarken-Update. Reiko ist eine Wortmarke, wenn du den Namen erwähnst auf Facebook, auf Instagram, dann erkennt die künstliche Intelligenz, der Algorithmus das sofort und sorgt dafür, dass dieses Posting keine Reichweite bekommt, also niemals den Namen erwähnen. Das zweite sind die sogenannten Health Claims. Health Claims ist eine EU-Verordnung, kannst du googeln, da gibt es sogenannte Heilaussagen und Wirkaussagen. Eine Heilaussage ist, wenn du sagst, die Reiko-Produkte helfen bei dieser und jener Krankheit bei den Hunden. Wirkaussage ist, wenn du sagst, die Reiko-Produkte wirken innerhalb von so und so vielen Tagen. Ich habe hier ein Konzept für dich, mit dem ich im Direktvertrieb im siebten Monat 210.000 Monatsumsatz gemacht habe, ohne Namensliste, ohne Homepartys, nur mit Facebook. Dieses Konzept, ich habe es hier kurz beschrieben, das sind Themen, Tipps rund um Hundeernährung, Hundepflege etc. mit Titelvorschlägen, die du eins zu eins so verwenden kannst. Zuerst einmal haben wir das Thema gesunde Ernährung für Hunde. Das heißt, wir teilen Wissenswertes zum Thema Ernährung und Ernährungstipps für Hunde. Damit gibst du einen Mehrwert, baust Vertrauen auf und dann wollen die Menschen mehr wissen. Das Konzept funktioniert immer plus eins. Ich erkläre das kurz. Wir haben hier zum Beispiel, kannst du machen ein Posting mit fünf Grundlagen einer gesunden Hundeernährung. Du gibst diese fünf Grundlagen und dann plus eins den Bonustipp. Da sagst du, der wichtigste Tipp für mich ist einer, mit dem ich die besten Erfahrungen gemacht habe. Wenn du den wissen möchtest, dann schreib mir kurz eine Nachricht. Was passiert? Du hast vorher Vertrauen aufgebaut. Die Menschen haben Interesse und sie schreiben dich an. Und so kannst du als Reiko Vertriebspartner sehr, sehr einfach jeden Tag sehr, sehr viele Anfragen generieren. Sieben Superfoods für deinen Hund, drei gesunde Snacks für zwischendurch. Warum sind hier immer Zahlen drinnen? Zahlen sind sehr, sehr wichtig in einem Titel und 80 Prozent des Erfolgs deines Facebook-Postings macht der Titel aus. Also bitte nicht die Zahlen weglassen und diese Tipps kannst du nehmen. Wir haben dann den nächsten Schwerpunkt Hundegesundheit und Vorsorge. Ja, genau. Sechs Schritte zur Zahnpflege bei Hunden. Fünf Tipps für die Fellpflege. Sieben Winterpflegetipps für Hunde und so weiter und so fort. Was wir nicht vergessen sollten, ist das Thema Training und Verhalten von Hunden. Fünf Grundlagen des Hundetrainings, drei Spiele zur Mentalstimulation, vier Strategien zur Bewältigung von Trainingsangst. Auch das gibt es. Hier geht es um Verhaltensmanagement, um Hundetraining. Dann ein sehr, sehr guter Themenbereich sind Lebensphasen und besondere Bedürfnisse. Fünf Tipps für die Pflege von Welpen. Fünf Anpassungen für Hunde mit eingeschränkter Mobilität. Vier Winterpflegetipps für kälteempfindliche Rassen. Du hast hier die Vorschläge. Also das Ding funktioniert definitiv. Auch sollten wir nicht vergessen auf Hunderassen und ihre Besonderheiten. Fünf Fakten über Laborator. Zum Beispiel vier Pflegetipps für Pudel und so weiter. Also dass du wirklich auf deine Hunderasse eingehst. Das ist übrigens auch eine sehr, sehr gute Strategie, um dich zu positionieren. Es geht darum, dass du eine einzigartige Positionierung hast. Schau mal, welche Rasse, was für ein Typ ist dein Hund und genau diese Menschen ziehst du dann auch wirklich an. Grundsätzlich, diese Ideen sollen das Bewusstsein und Interesse an einer gesunden und artgerechten Hundeernährung wecken. Was indirekt mit den Vorteilen der Reiko-Produkte zu tun hat. Wenn du jetzt den nächsten Schritt gehen möchtest und sagst, Willi, zeig mir deine Anleitung, wie du das genau gemacht hast, im siebten Monat 210.000 Monatsumsatz zu machen, ohne über Produkte zu sprechen, wenn du das machen möchtest. Unterhalb vom Video findest du den Link zu meiner Facebook-Gruppe. Über 20.000 Networker sind dort dabei. Sehr, sehr viele von Reiko und dort bin ich ja täglich drinnen und gebe dir Tipps und Tricks weiter. Ich wünsche dir alles, alles Gute. Viel Erfolg bei Reiko und ja, rock it. Dein Willi, ciao, ciao.